ja servus hallo zu einer neuen folge aus der sudküche wir sind heute wieder am kadett heute gibt es ein kurzes sonntagsupdate und zwar ich habe hier die beifahrerseite komplett abgemacht runter gemacht der bauschaum von kurz durch runter dadurch wo ich auf dem bauschaum dann das aluband hat und mein trennlack drauf gemacht hat ging das wunderbar habe den jetzt auf der werkbank leihgarten haben noch von innen mit so zwei drei schichten noch mal ausgelegt haben da dran geschraubt der ist jetzt dran um zu trocknen auf der werkbank kann ich jetzt dann nur von der fahrerseite leihre zeige ich euch gleich dort bin ich jetzt dabei für ob die verschraubungen wo ja auf der ich sag mal ellipse kommen die verschraubungen zu machen vorzubereiten das ist alles dann später so klappt wie ich mir das vorstelle weil ich muss erst die verschraubung haben dass er richtig fest auf dem auto verschraubt ist bevor ich die komplette seite schleife kann und in form bringen kann so dann habe ich noch hoch gestellt also auf platz ja dass ich dass er nicht so weit unterschiedlich auch ohne die abschlussecke von der stoßstange und von der schwelle machen kann und ich habe die 10.17er montiert ich drehe kurz rum zeige euch das mal so da steht er jetzt auf den holzbalken hinter die hochkant und die 10.17er sind komplett drauf haben die kontur schon geschnitten und haben den rand wie man sieht vom gfk noch mal klebeband auf der kotflüschel drauf gemacht dass wenn irgendwo ein bisschen hart ist das nicht am kotflüschel klebe bleibt sondern am kreppband so da sieht man jetzt was ich später noch ausschleifen muss da ausschleifen muss damit es passt aber es kein problem jetzt packt mein finger von außen ist es hat aber noch babbisch und innen drin habe ich jetzt komplett lagerinnen gemacht fahrerseite ist bis auf das bisschen leweband jetzt noch was da ist wieder alles ohne könnte ich jetzt sage ich mal aufpolierung bis auf die löcher wird es nicht falle aber ich habe die löcherin gemacht dass ich genau weiß wie die verbretung positioniert wird so die verbretung von der fahrerseite leid hier auf der werkbank und da habe ich euch das problem ist dass ich vergessen mein trennlack drauf zu machen das weiß die ganze spachtel jetzt fest da drauf aber ist gar kein problem hier habe ich schon blank gemacht da sieht man wo die löcher hinkommen also die verschraubungen und da habe ich jetzt zusammen ob lang gemacht und da kommen dann wird schwierig da immer so matte drauf und kommt wieder und riesiges noch ohne zwei stück ist das richtig sage ich mal so knüppel gibt solchen seit lerne dreieckig ja ist doch so dreiecksform der hoch und da war das später hier tue ich das mit dem schleifer so lange schleife bis es die form vom kotflügel hat wenn ich eine dran hänge und dann kommen die löcherin mit der inziehmodelle dann sind die zwei fest und dann kommen die mittlere und wenn die fertig sind kommen die äußere und so tue ich mich dann vorarbeiten ist ein mühseliger arbeit aber das muss man machen damit das alles stimmt das war ein kurzes update heute habe das hunde durch hartz anmachen dann werden die halterungen gemacht für ob es zum verschrauben ich hoffe dass ich mal das alles dass ich alles so hinkriege wie ich mir das vorstelle mit den verschraubungen aber ich bin doch optimistisch und wenn die verbreterung halt ein paar kilo mehr hat 23 dann hat es halt paar kilo mehr auf jeden fall ist er leichter wie die geschweißte kotflügel die ich habe genau die form in der kotflügel die habe ich ja schon wie er damals war weiß aber die will ich nicht weil hinten am kotflügel runter zu ist das hat mir nicht gefallen ja so wie gesagt kurzes update heute wenn es euch gefallen hat teile like abonnieren nicht vergessen die woche geht es weiter dass man die halterungen kriegt die verschraubungen die woche kriegen wir soll ja super wetter kriegen dann tut das gfk schnell trocknen und ja ich sehe das positiv dass man in der nächsten zwei wochen schon mal anfangen können das zu schleifen und vielleicht die erste schicht wieder drauf machen können also wir sehen uns nächste video bis dahin